Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 19. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 526 und ich habe heute eine ganze Batterie an Neuigkeiten mitgebracht. Stimmerkennung Nova 4, Remove BG, BG, Line GOS, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Netflix to do, iOS 12.1.2, Veko und Shazam. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Thema und da geht es um Stimmerkennung. Nach der SBB, der Swisscom, Crealogix, Aqualoc und anderen Schweizer Firmen hat nun auch die PostFinance etwas mit Stimmerkennung eingeführt. Aktuell wird getestet, wie die Authentifizierung über die Stimmerkennung statt der alternativen Fragen nach, Vosky ist immer dabei, Geburtsdatum, letzte Abbuchung und solche Geschichten. Nachnamen, genaue Adresse. Und dafür haben sie eingesetzt die Firma Nice, Nice, wie man sie auch ausspricht, aus Israel. Und die eben bieten die Lösung an, die Stimme von den Kunden zu verifizieren und ihnen dann den Zugang zu den ganzen Daten zu geben. Anscheinend ist es deutlich sicherer als eben Möglichkeiten, wie man sie sonst kennt. Alternativen wären das Zürcher-russische Pendant von Spitsch. Ist ein Unternehmen, was ich vor einigen Jahren mal kennenlernen durfte, die eben genau auch solche Möglichkeiten anbieten. Auf ihrer Kundenliste steht unter anderem auch die SBB und die Swisscom. Also auch die sind schon fleissig mit dran. Ich bin schon sehr gespannt, wann ich dann das erste Mal bei einem solchen Telefonanruf über die Möglichkeit verifiziert werde. Das würde ich gerne mal ausprobieren. In China hat Huawei ein neues Smartphone vorgestellt. Die Nova-Linie ist ja so ein Mittelklasse-Smartphone, könnte man sagen. Doch wenn man so anschaut, was die Chinesen da in diesem Nova 4 verbaut haben, da ist einiges an Technik mit drin und dabei. Ich habe damals das Nova 2, glaube ich, getestet. Oder war das das 3? Nein, es war das 2er-Testbericht gibt es auf dem Pogipsi.ch-Blog dazu. Neu haben sie jetzt gezeigt, dass es nicht unbedingt eine Notch braucht auf der Vorderseite, die dann doch ein bisschen was vom Display wegnimmt. Ähnlich wie Samsung mit dem 8AS in der letzten Woche gezeigt hat, haben sie jetzt auch nur links oben in dem Display eine kleine runde Öffnung für die Frontkamera und da haben sie eine 25-Megapixel-Kamera verbaut. Also ein Riesending, also ein Riesending im Sinn von Megapixeln in einem 6,4 Zoll IPS-Display. Das Ganze soll also wirklich ein schönes Smartphone sein, schaut auch toll aus und hat diesen Verlauf, wie man es auch vom Huawei P20 her kennt. Ansonsten die ganzen Daten, was da noch alles so drin ist, einen Link zum Beitrag habt ihr auf daily.geektalk.ch zum Nachlesen für diejenigen, die es interessiert. Für all diejenigen unter euch, die auf die Schnelle mal irgendwas freistellen müssen, eine Person in diesem Fall, euch oder jemand anderes und dabei nicht ganz so bewandert sind in Photoshop und so wie ich zum Beispiel und ähnlichen Tools logischerweise, die haben seit kurzem die Möglichkeit, einen Dienst im Netz zu nutzen, der aktuell noch kostenlos ist, der vor allem auf Machine Learning aufbaut und somit da natürlich umso mehr Bilder da reinkommen, umso besser wird. Ich habe vor zwei, drei Tagen auch schon mal zwei Bilder oder mehrere Bilder, besser gesagt, reingeworfen, habe dann auch einen Tweet damit abgesetzt, mit einem kleinen Video dazu. Wirklich ein cooles Tool, wenn es schnell gehen muss und nicht ganz so unbedingt allzu genau, dann ist das eine coole Alternative. remove.bgbg coole, coole, cooler Dienst, wie ich finde. Gehen wir weiter zu diesem alternativen Android, von dem ich eben den Namen nicht aussprechen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Vor mehr als zwei Jahren hat man Siongen Mod, da habe ich auch lange gebraucht, bis ich es aussprechen konnte, eingestellt. Und da waren ja viele traurig, zeitgleich hat sich aber eben dieses neue Lin-Lineage-OS hervorgetan und so wie es ausschaut, mit Erfolg. Aktuell sei man auf 1,8 Millionen Smartphones vertreten. Rund 800.000 Geräte davon sind aus eigener Produktion. Die arbeiten ja mit verschiedenen Herstellern zusammen, wo das OS direkt, also das Custom OS direkt oben drauf ist. Die restliche Million, die kommt von Bastlern und Leuten, die einfach vielleicht für ihr Gerät kein Update mehr bekommen, aber dennoch die neuesten Features und vor allem die neuesten Bugfixes haben möchten. Ich muss mich auch wieder mal damit beschäftigen. Ist doch schon ein bisschen her, wo ich mir das letzte Mal so etwas draufgezogen habe, auf eines meiner Geräte. Weiter geht es mit Netflix und da gehen wir jetzt in Richtung Osten von mir aus gesehen, in Richtung Österreich, denn da testet Netflix aktuell neue Preisstaten. Nicht wie üblich bei uns, monatlich und jährliche Möglichkeiten, also jährliche Möglichkeiten das Ganze abzubuchen. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, wochenweise Netflix zu buchen. Logischerweise mit ein bisschen angezogenem Preis, wenn man es jetzt auf einen Monat hochrechnet. Interessanterweise aber bietet, zumindest laut Artikel auf WinFuture, dass Netflix gar keine Möglichkeit mehr, ein Monatsabo abzuschliessen. Da könnten mir vielleicht die österreichischen Zuhörer mal kurz Feedback geben. Ist das so oder ist die monatliche Version einfach versteckt? Wie findet ihr das, monatlich dazu zu buchen? Wir überlegen ja schon länger mal ein bisschen eine Pause einzulegen. Zum einen, weil wir doch ein bisschen viel Zeit in diesem Netflix verbringen, aber auch, um einfach mal wieder dann, wenn wir zurückkommen, genügend neues Material zu haben. Und da wäre zwischendurch einfach mal so eine Woche sicherlich nicht doof, wenn man einfach eine Serie kurz anschauen möchte und dann nicht gleich einen Monat buchen muss. Also ich finde das nicht mal so verkehrt. Oder einfach für Ferien oder ähnliches, wo man weiß, man hat ein bisschen mehr Zeit, dann kann man sich das buchen. Krankheit und so Geschichten. Wäre das doch praktisch. Wir gehen weiter zu Microsoft To Do und die haben ein weiteres kleines Feature geupdatet, muss man an der Stelle sagen. Wer kennt es nicht von iOS und Android, Kalender und ähnliche Erinnerungen, die so reinkommen, kann man in den Notifications kurz runterziehen und dann verschieben. Ich sage, erinnere mich später nochmals, Prokrastination oder einfach kurz auf die Seite schieben, weil man noch mal was anderes dran ist. Solche Funktionen nutze ich gerne. Habe in diversen Möglichkeiten da auch die Möglichkeit, mehr als nur 5 Minuten zu schieben. Lange, lange Zeit war es bei eben der To-Do-App von Microsoft so, dass das eben nur 5 Minuten ging. Und das wird mit der Zeit nervig, wenn man irgendwo noch drin ist. Soweit, dass man das manchmal dann vergisst zu verschieben oder es einfach sein lässt und dann den Punkt vergisst. Neu könnt ihr auf Android wie auf iOS das Ganze 15, 15 oder 30 Minuten sowie eine ganze Stunde in die Zukunft schieben. Dankeschön, Microsoft. Endlich. Wer mit iOS unterwegs ist, sollte mal die Update-Maschinerie anschrauben, ankicken. Nicht nur bei den Apps hat sich in den letzten Monaten und Wochen sehr viel getan. Also viele Apps-Updates sind in den letzten Wochen reingekommen. Jetzt auch wieder ein OS-Update. iOS 12.1.2. Denkt aber daran vor, wie immer, macht ein Backup. Ansonsten, ihr seid selber schuld, wenn was falsch geht oder schief geht. Das Weco, die Webbewerbskommission hier in der Schweiz, die hat eine Lösung gefunden mit Apple im Zusammenhang mit Twint. Wenn man bei Twint bezahlt, mit einem QR-Code, die neueren Möglichkeiten, die es seit dem Weilchen gibt, dann kann es sein, dass wenn man zu nah an das Gerät rangeht, dass dann Apple Pay dazwischen geht und die Bezahlung über Twint abbricht. Das ist nervig für denjenigen, der an der Kasse steht, der hinter der Kasse steht und noch mehr für diejenigen, die hintendran warten müssen. Vor allem, da ja Twint doch immer ein bisschen länger hat als im Vergleichsweise Apple Pay oder ähnliches. Samsung Pay, Google Pay und was es noch so gibt. Auf jeden Fall wurde es jetzt so weit ermöglicht, ermöglicht, dass Apple den Hersteller, also den Coden von Twint, den Coden, genau, den Twint-Leuten die Möglichkeit geben muss, dass NFC während eines Bezahlvorgangs nicht aktiv wird. Soweit mir das ist, ist das schon seit zwei iOS-Versionen eigentlich generell im iOS vorgesehen, dass das Entwickler einfügen können. Wahrscheinlich hat man das bei Twint nicht getan und oder ich bin ein bisschen falsch informiert, man musste dafür eine Sonderbewilligung von Apple haben. Das kann natürlich sein, was noch nicht vom Tisch ist, ob Apple NFC freigeben muss. Glaube ich nicht, weil keine Chance, hat man ja in Australien gesehen und zeitgleich auch natürlich die umgekehrte Geschichte, ob die Credit Suisse, UBS, PostFinance und alles das, was dahinter noch rumpfleucht, Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay ausgebremst haben. Auf die Geschichte bin ich dann schon deutlich mehr gespannt, wenn es dann soweit ist. Und zu guter Letzt noch eine Neuigkeit für all diejenigen, die fleissig und gerne Schazam nutzen und sich immer über die Werbung genervt haben. Apple hat ja die App vor einiger Zeit übernommen und mittlerweile ist sie werbefrei. Freut euch also auf fleissiges Musik entdecken. Und jetzt bin ich auch durch mit den ganzen News für den heutigen Tag. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Geniesst diesen Mittwoch und seid erfolgreich. Wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.